Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Bitcoin Update Video. Erste Sache, es wird sehr sehr wichtig werden, jetzt in den nächsten Stunden für den Bitcoin Preis. Was können wir erwarten? Wovon können wir ausgehen? Ich habe ganz genaue Hinweise darauf, was möglicherweise jetzt bevorstehen könnte. Ich persönlich würde euch vorschlagen, dass ihr euch dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaut. Und natürlich, wenn euch dieses Video gefällt, lasst uns hier mal wieder die 200 Daumen nach oben kriegen, Leute. Das wäre wirklich fantastisch, wenn ihr euch eine Sekunde Zeit nehmt und diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und natürlich, wenn ihr neu seid auf meinem Channel, abonniert auch meinen Channel und aktiviert die Glocke. So seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Vor allem kriegt ihr immer mit, wenn ich neue Updates raushaue. Und damit herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Crypto Kero. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen spannenden Bitcoin Video. Leute, jetzt gerade in unserem Bitcoin Chart passiert etwas, was schon länger nicht mehr passiert ist. Was es ganz genau ist im Laufe des Videos und ich möchte gar nicht viel drum herum reden. Lasst uns einmal mit unserem Bitcoin Tageschart anfangen. Leute, erst einmal, wir haben hier diese gelbe Linie, diese so wichtige Support Linie. Wir sind bereits einige Male bis auf diese Support Linie runtergegangen. Jedes einzelne Mal konnten wir diese Linie halten. Jetzt habe ich es aus Versehen ein bisschen verschoben. Ich mache das Ganze mal rückgängig. Und zwar, diese Support Linie liegt hier bei in etwa 29.500, 29.200 Dollar. Auch wenn es jetzt gerade so aussieht, als wenn der Bitcoin schwach wäre. Ganz im Ernst Leute, Bitcoin hält diese Linie wirklich sehr, sehr gut. Hervorragend könnte man fast schon sagen. Natürlich könnte man auch theoretisch sagen, dass wir jetzt ein erhöhtes Risiko dafür haben, dass wir dann letztendlich unter diese Linie ausbrechen werden. Aber solange das Ganze nicht passiert ist, sieht es erst einmal gut aus. Aber in unserem kleineren Timeframe haben wir sowieso weiterhin eine sehr, sehr wichtige Entwicklung. Darüber sollten wir jetzt erst einmal sprechen. Übrigens Leute, dieses Video wird ein kürzeres sein als sonst. Ich wollte euch aber trotz dessen, obwohl es der Sonntag ist, wollte ich euch hier diese Mühe reinstecken, dieses Video aufnehmen und dafür sitze ich hier und mache das Ganze. Was können wir hier in unserem Bitcoin 4 Stunden Chart sehen? Leute, wir haben in der Vergangenheit ebenfalls oftmals solche Symmetrical Triangle Pattern, solche symmetrischen Dreiecke in unserem Bitcoin Chart gehabt. Aber bei den letzten Malen ist es meistens nach unten ausgebrochen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon ein Beispiel dafür habe. Und zwar genau, hier sehen wir auch schon in diesem Bereich, haben wir ebenfalls ein Symmetrical Triangle gehabt. Aus diesem Symmetrical Triangle sind wir meistens in der Vergangenheit nach unten ausgebrochen. Aber jetzt haben wir theoretisch eine gute Chance darauf, mit dem Bitcoin Preis nach oben auszubrechen. Denn wir sehen hier, Bitcoin hält die Linie wirklich sehr, sehr gut. Erst einmal hier ein Touchpoint, hier an dieser Stelle ein Touchpoint, hier wirklich einige Touchpoints. Und jedes Mal, wenn der Bitcoin Preis nach unten gedrückt wird, kann sich Bitcoin wieder nach oben kämpfen. Und jetzt müssen wir theoretisch ein Preisziel von den etwa 30.200 Dollar nachhaltig durchbrechen. Damit wir aus diesem Pattern dann nach oben ausbrechen und dann auch davon ausgehen können, dass der Bitcoin Preis weiter nach oben gehen wird. Hier an dieser Stelle ziehe ich nochmal diese Linie entlang. Deswegen, das ist nicht das optimistischste Preisziel. Aber lasst uns das trotzdem mal hier uns anschauen. Und zwar würde das Preisziel dann theoretisch liegen bei in etwa 35.000 Dollar. Dazu möchte ich einmal direkt gerne in unser CPI Indikator reingehen. Denn auch dann könnten wir nämlich erkennen, dass wir uns hier erneut oberhalb von unserem ersten Support aufhalten würden. Und dann würden wir theoretisch den nächsten größeren Support erst bei in etwa 39.200 Dollar haben. Was natürlich auch ein ziemlich bullisches Preisziel jetzt gerade wäre. Denn dann hätten wir ungefähr 9.000 Dollar. Einen Preiszuwachs von ungefähr 39.000 Dollar. Genau Leute, das war es von mir für dieses Video. Wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr Bock habt auf weitere solche Short-Updates, lasst gerne einen Daumen nach oben da, um mir zu signalisieren, dass euch diese Videos gefallen, dass ihr einen Mehrwert daraus schöpfen könnt aus meinen Videos. Und wie gesagt, wenn ihr neu seid auf meinem Channel, auch gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.